Wir sind Wolfgang und Silvia. Das ist unser Weingebiet. Hier ist ein kleiner Lageplan von Harkan, wie man zum Glatzkopf kommt. Das ist ein sehr schöner Wanderweg mit einer Schlucht von Steinen. Und die Burg von Schiklosch. Das ist das. Das ist purer Badespaß in Harkan. Bootsfahrt an der Drawa. Das ist unsere Pinze. Street Art an der Berliner Mauer, sozusagen, vom Berliner. Unser sinnlicher Weißwein ist das. Das sind nochmal wir, Ui Vilag, Bed and Breakfast Rooms. Das ist Berlin, Mehetschka und Bohr. Das ist unsere Pinze. Das ist der Glatzkopf. Das ist auf dem Weg zum Glatzkopf. Das bin ich. Ich bin Winzerin. Das ist nochmal Page 5 Kirchen mit den 5 Kirchen hinten dran. Das ist Kunst mit den Köpfen von Folti, unserem Hund. Von Stand. D några ditch.